Loslassen. Absolutes Loslassen, freier Fall. Oder bildlich gesprochen, du bist mitten in dem Sturm auf diesem Fluss. Drumherum geht die Welt scheinbar unter und du hältst dich fest an irgendeinem glitschigen Felsen, an einem kleinen Ast, der über diesen Fluss rüberhängt. Und hältst dich krampfhaft fest und willst einfach nicht loslassen, weil du hast Angst. Angst vor Untergang, Angst vor Tod, Angst vor Verlust, Angst vor Alleinsein. Angst. Angst prägt dich und darum lässt du nicht los. Der Fluss des Lebens allerdings will dich weiter vorantragen, in neue Gefilde weiterbringen, will dir neue Chancen eröffnen, eine ganz andere Perspektive. Doch du hältst fest und hältst fest und je länger du festhältst, umso kraftloser wirst du, umso schwächer wirst du, umso mehr Angst entwickelt sich. Und genau dieses Bild von diesem Festhängen und nicht loslassen können, ist eine ganz alte Erfahrung. Und zwar von deiner Ankunft auf dieser Erde. Du wurdest geboren, hast den sicheren Mutterleib verlassen müssen, die Zeit war da, um geboren zu werden. Du hast aber vielleicht nicht wollen oder du hattest vielleicht schon wollen und hast erwartet draußen, sei es irgendwie genauso gemütlich wie im Mutterleib, mich sicher geborgen, alles ist da. Ja, du warst total verbunden mit der Mama, warst eins mit ihr und nun liegst du draußen, kalt, zugig, hell, laut, unbekannt. Und du fragst dich dann, obwohl als Baby, ob man sich überhaupt fragt, naja, vielleicht fragt man sich schon als Baby, ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, es ist anders. Und in diesem Moment, als du aus diesem warmen, sicheren Feld des Mutterleibes deiner Mutter in die kalte, harte Realität dieser Welt geworfen wurdest, unter ziemlich heftigen Bedingungen, es war sicher nicht einfach, da durch den engen Geburtskanal durchzukämpfen, da musst du schon mal wieder kämpfen, und dann endlich bist du draußen und dann, boah, nee, schnell wieder weg. Viele sind genauso geprägt worden und das wirkt sich aufs gesamte Leben aus. Immer wieder fühlst du dich alleine verlassen, Urvertrauen ist weg, Leben ist ein Kampf, da wurde eine klare Prägung geschaffen in dir, das Leben ist ein Kampf. Ich muss mich durchboxen, es ist einsam, ich bin verlassen, ich werde verlassen, ich muss festhalten. Und natürlich ist das nur eine Illusion deines Denkers, denn das Leben ist nicht unsicher. Nur weil du glaubst, dass das Leben unsicher ist, wird es sich dir unsicher zeigen müssen, Resonanzgesetz. Und wenn du wirklich das Leben verändern willst und die vollkommene Freiheit erleben willst, die das Leben und dieses Glück erleben willst, was das Leben dir zu bieten hätte, wenn du es annehmen könntest, bedarf es eines totalen Loslassens. Und genau das gelingt nicht, weil die Angst übermächtig ist. Was tun? Was nun tun? Da ist gut oder teuer, sagt dein Verstand. Ich sage nein, es ist nicht teuer, es ist nur zu machen. Es ist nur eine Entscheidung, die du trittst und dann gehst du diesen Weg konsequent weiter in deine eigene Freiheit hinein. Allerdings, der Weg wird kein leichter sein. Ich will es nicht beschönigen. Du wirst dich vielen Ängsten stellen müssen und viele Herausforderungen überwinden müssen, ganz klar, um zu erkennen, dass du immer absolut sicher bist, dass du die Liebe selbst bist und dass du absolut geborgen in dir selbst bist und immer gewesen bist. Doch wenn du dich niemals auf diesen Weg aufmachst, wirst du auch niemals ankommen. Darum entscheide dich heute oder morgen, aber entscheide dich, wie willst du es haben? Wie soll es sein? So bleiben, wie es war, dann mach genauso weiter. Es ändern, dann ändere auch deine Aktionen. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du erkennst, dass du und nur du es ändern kannst. Sonst niemand. Kein Seelenpartner, keine Dualseele, keine Eltern, kein Freund, niemand außer dir hat diese Vollmacht, ihr oder sein Leben zu verändern. Ich wünsche dir die Kraft und die Zuversicht und das Dranbleiben, dass du genau das tust. Alles Liebe von ganzem Herzen, deine Helga. Ja. Das ist das, was ich mir wünsche dir.